Unsere Kinder brauchten Laternen für den Kindergarten, also haben wir uns überlegt, schnell Selbstrechte zu machen. Ich habe überall nach Lampenschirmen gesucht, leider habe ich im Einzelhandel keine gefunden. Irgendwo habe ich dann Styroporkugeln entdeckt, die habe ich dann mitgenommen. Erst hatte ich ein bisschen Sorge, dass das Licht nicht richtig durchkommt, aber wir haben dann einfach viele Löcher mit rein und dann auch den Mund mit reingeschnitten, ein paar Deko-Elemente verwendet und das hier ist übrigens ein Einhorn. Die Kinder haben sich auf jeden Fall mega gefreut.